Bin ich in Rage gekommen dafür. Einer Schrot, kannst du bitte lernen, in alle Shats zu schreiben? Das ist ja peinlich. Ja. Was ist los? Ich hab Angst. Ah, nein! Ah, was? Ja, weiß ich auch nicht. Du hast es geschrieben. Ich hab's auch nicht was an, Bruder. Ich hab's einfach hingenommen. Achso, ja, nee, das war dumm. Achso! So fresh, so clean. Es ist Frühling, ich will wischen, ich will spülen. Alles shiny, alles nice, willst du es auch? Alter, holy shit, hat der Jonas alles gecounchert? Hey! Macarena! Was ist denn jetzt? Oh, mich klatschen. Fühl ich. Daren lernen, Babbel. Da kam aber auch kein Schrot- Da kam aber auch kein Schrot- Da kam auch kein Schrot- Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ich spiel gleich... Oh, man, ich hab 4 CS verpackt. Verpackt? Geil. Ja. Wollen wir mal Lucian zeigen, was 650 Auto-Attack Reichweite... 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 Ritualis... Spell... Ähm... Bring dir mal Respekt bei, bitte. Ja, hat's so bekommen. Ah! Ja! Fick dich! Ah! Ah! It hurts so much! Ah! Ah! Oh, hast du den gesehen? Klar. Ah! Ah! Oh! Jetzt, 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 jetzt! Hey! Oh! Was ist mit ihm los? Der klatscht dich. Was ist mit ihm los? Du klatschst mich, du Sohn! Ah! Oh, I'm dead! Ich bin schon wieder so sauer. Ich hab gar keinen Bock mehr. Holy shit. Oh! Comedy Go! Was ist das für die Sin? Äh, die Sin wahrscheinlich. Eier! Master Yi meine ich, aber egal. Hey, wie kommst du jetzt auf Master Yi? Egal. Was ist das? Heartbreaker. Chris! Ja, chillt doch eure Basis! Du hast Peel! Achso, das ist ungünstig. Ungünstig! Also, teuer! Eloquent nennt man mich. Den eloquenten Boss. Oh ja. Weil ich auch ganz viel Elo habe. Ich weiß nicht, ob wir treppen wollen. Weil deine Kuh ziemlich stark im Early ist. Ich werfe in Aufzug. Na, Taruna will ich mal kurz was zu Phrasen holen. Beziehungsweise, ich glaube, musst du es wahrscheinlich noch machen, deswegen dauert es was. Gut, musst du fräsen. Halt die Fresse. Ich werde getunnelt. Du siehst doch aus. Huff. Mach halt deine Beine zu. Oh, leck! Mich am Arsch. Ja. Comedy Gold! Oh, leck! Ich bin auf dem Weg. Das wird super. Play some what? Play some what? Das ist mir jetzt mal! Ne, mach nicht. Ne, mach nicht. Ne, war auch useless. Hat keinen Bock. Oh, man, ey. Crash ist mir. I meant it broken. Lass mich doch bitte springen. Lass mich doch einfach springen. Digga, ich stand neben dir. Junge, du, Junge, ich hab noch nie auf dich gedrückt. Der schnitt an einem Max-Wenn-Stand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand-Sand. Komm her springen, springen! Oh Gott, Alter. Jetzt bringe die Regner. Oh mein Gott, Jungs, ich will da nicht zugucken. Ich bin nicht mehr. Der Wienchen wältet. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bist du eine Pizza? Au, was war das denn? Geiß Ding. Kannst du mal bitte von der Midlane weggehen? Warte, ich hab... Arram, Arram. Wir müssen unsere Motivation hochpumpen. Schrot, das ist eigentlich dein Job. Komm, sag was motivierendes. Wie bitte? Nice. Geil. Ich bin motiviert, hat mich abgeholt. Jungs, rein. Ich war wieder da. Ja, insane. War klar, dass du das schmeißen möchtest. Junge, I still got it. Ah, doch nicht. Angst. Ah, ja, ja, nicht gut. Dev, rechts. Ihr hattet rechts, U-Turn. Da war ein Schrank, wo ich drin hocke. Ah, der ist in der Schrank. Okay, ich komme. Ja, genau der. Du musst nur irgendwie hinkommen. Ja, ich komme. Sehr gut, sehr gut. Ja, genau der. Oh, sie läuft zum Chat. Ey. Ach, Mann. Was macht sie denn? Oh, nein. Jetzt. Nichts. Chris, ich komme. Ja, ja. Chris. Ja, ja. Ja, weißt du, du musst dran denken, Elli. Didi ist so einer, der will uns bei Partys immer nur abfüllen, damit er uns ins Bett kriegt. So einer. Poah. Nee, ich, nee. Didi, das hätte ich nicht von dir erwartet. Ich kriege euch ins Bett, damit ich mir abfüllen kann. Hentai. Hintergrundbilder ohne Ende. Ist so. Und unzensiert. Und mit Animationen. Ey, ist so. Was ist denn hinter zensiert? Was ist denn Sinn? Frag die Japaner. Keine Ahnung. Die zensieren erstmal alles. Ich glaube, es gibt in Japan irgendwie ein Gesetz, dass das zensiert sein muss. Ey. Okay. Ey. Schiri. 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 Schiri.